Ich lade alle ein, die einmal das erleben möchten. Das kostet nichts, ich mache das alles gratis. Panik bringt nichts, wir organisieren uns. Das kostet nichts, ich mache das, ich mache das. Das kostet nichts, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Wir sind hier in den Weinbergen oberhalb von Sion. Das ist eine meiner Lieblingstouren von Grand Montana nach Sion. Da fährt man durch die Weinberge und auf kleinen Strassen, auf kleinen Wegen, die sie in den früheren Jahrhunderten gebaut haben, um das Wasser von den Tälern, von den Schluchten auf die Felder zu bringen. Das sind jetzt die beliebtesten Wanderwege, weil es geht niemals rauf und runter, sondern immer schön in der Waagerechten am Hang entlang. Und einen kleinen Teil davon kann man auch mit dem Madbike fahren, das ist allerdings nur im französischen Teil der Schweiz möglich, weil hier sind sie relativ locker drauf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir organisieren uns.